Hey, und viel Spaß mit dem neuen Roblox-Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu bewerten und es kann losgehen. Hallo Freunde, wir haben uns hier etwas gekauft, nämlich den Werbär. So, und wir gehen zurück und spielen heute mal wieder... ...Werwolf mit Annie! Echt? Machen wir das? Ja, wir spielen Werwolf. Ganz sicher? Nur weil ich ein Werbär bin? Ja. Und ich bin... Oh, ich bin Alden und ich bin der Jäger. Und du? Ich bin ein ganz braver Oakley. Aha, so ist das also. Ja. Okay, Oakley. Oha! Was denn? Ich weiß nicht, dass es geht. Was hast du getan? Ich hab grad was rausgefunden. Was hast du rausgefunden? Verrat' ich den nicht. Okay, Melvin, Rufus, Leonardo, die sind alle nicht... ...Werwolf. Was hast du rausgefunden? Ich will's wissen, Annie! Nee, sag ich nicht. Okay. 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 Valerie, Oakley, Rufus, Leonardo und Ibis. Nee, Bach heißt der. Wo ist Leonardo hin? Melvin? Bist du Melvin? Nee, Oakley. Ah. Ich bin hier. Ich weiß, dass du's nicht bist. Ich hab den Werwolf gehört, wenn du warst neben mir. Bach ist es auch nicht, Rufus ist es auch nicht. Rigby könnte's noch sein, aber? Rigby könnte's sein. Ja, Rigby ist es. Ich lock ihn vor deine Linse. Oh Gott, ist das schwer. Oh Gott, es tut mir leid, Annie. Ich zieh noch. Oh, ich hab ihn erwischt. Das war so schwer. Oh Gott, der hat sich schnell bewegt. Ich war ein Köder. War ich ein guter Köder? Oh, Annie ist der Besserlei. Du warst der beste Köder. Dafür hab ich vier Münzen bekommen. Ich hab gar keine Münze bekommen. Aber wir wussten direkt, dass er es ist, ne? Hast du das gemerkt? Ja. Die sind Pros. Yeah. Ja, ja. Leute, gebt dem Video natürlich ein Like für diesen knackigen Schuss. Und wenn wir gleich Werwolf werden, sind wir kein Wolf mehr. Wir sind ein Bär. Und ich bin... Ah, ich bin... Ich bin wieder, Alden. Und du? Ich bin Bach. Bach. Okay, ich laufe... Johann Bach. Zurück. Johann Sebastian Bach. Primal ist Jäger. Warum verrate ich das eigentlich? Und sag mal jetzt, was du rausgefunden hast. Komm mal zu diesem Couchraum mit dem Kamin. Mit dem Kamin. Welchem? Es gibt zwei. Der an ist oder der aus ist? Der aus ist. Der aus ist. Okay. Ja. Ich bin da. Ja, jetzt? Du bist, glaub ich, nicht da. Doch. Berufwurst ist neben mir. Hier ist ein Kamin, der ist aus. Hier sind zwei lila Couches. Ich bin am Eingang. Ah, hier. Ja, ich war oben. Du kannst von oben hier durchspringen. Was? Ah, was? Das ist voll cool. Oh, oh, da oben ist der Werwolf. Komm mal her. Oh, die haben den Wolf erwischt. Ibus. Ibus war aber nicht Jäger. Primal war Jäger. Nicht schlecht. Aber wir haben überlegt. Ja. Plus eins. So, mal sehen, was wir jetzt hier bekommen. Ich hoffe, ich werde Wolf. Genau 50 Münzen. Ich könnte mir natürlich jetzt einen Bogen kaufen. Aber ich warte darauf, dass ich einen coolen Wolf-Skin kriege. Welchen Skin willst du dir holen? Ich bin am überlegen, ob ich auf den Hasen spare. Boah, der dauert lange. Aber du musst jetzt übrigens auf Spielen klicken, sonst kommst du nicht rein. Ja, ja, bin dabei. Ähm, der Hase, der kostet 300. Ja, der ist echt teuer. Ich habe mir jetzt für das Video den Bären geholt, weil der Bär so süß ist. Ich will das Landgut spielen. Ey, die sollen das Landgut wählen. Wobei das Palast wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich mache beide Maps sehr gerne. Ich auch. Und ich habe sieben Münzen. Ich wünsche, ich könnte dir welche geben, damit du deinen Hasen schneller bekommst. So, und ich bin... Oh Gott, wieder unschuldig! Annie, ich weiß genau, du bist böse. Nein. Oh! Ich habe was gefunden. Ah, ich habe eine Goldmünze gefunden. Es liegt einfach ein Teddybär. Interessant. Annie, ich weiß, dass du böse bist. Woher? Ich weiß es einfach. Kannst du gar nicht. Hm, doch, gar nicht. Kannst du gar nicht. So was hat Annie... Äh... Darren... Wer bist du? Radella. Du bist Jäger. Äh, du bist, äh, Wolf. Das hört man. Ist du, ist du. Ja, natürlich. Man sieht dich. Annie, man sieht dich. Ja. Ich habe gelogen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Aber jetzt weiß ich, dass du es bist. Oh, Mann, oh. Was habe ich denn da gemacht, gerade? Uiuiui. 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 Wo seid denn ihr alle? Oh Gott, ich muss abhauen. Uiuiuiui. Wo war er? Oben ist jemand. Da kann wohl jemand keine Leitern hoch. Ja. Oh oh. Und das kriegst du nicht. Wir sind oben. Ist das so? Ja. Das ist so. Du hast schon wieder jemanden gekriegt. Nein, Annie. Lass mich bitte in Ruhe. Nee. Ich will gewinnen. Ich habe die Goldmünze. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Du hast schon wieder jemanden erwischt. Ich glaube, ich bin gleich der Letzte. Oh nein. So. Wo ist denn der Rest von euch? Tja. Du weißt, was du tun musst. Muss ich etwa schon wieder brüllen. Finde uns. Finde uns. Oh oh. Ich habe dein Brüllen gehört. Oh. Ich sehe, wie du jemanden verfolgst. Oh oh oh. Ich muss weg. Oder du hast ihn erwischt. Die Zeit ist hochgegangen. So etwa hinter der Kirche? Äh, äh. Will ich nicht. Für mich kriegst du dich, Annie. Du kriegst mich nicht. Das ist egal, solange ich überhaupt jemanden bekomme. Die anderen dürfen sich nicht treffen lassen. Rufus. Ja, Rufus ist... Oh nein. Schnell, schneller. Hi. Oh nein. Wo bist du hier? Ich sehe dich. Nein. Ich sehe dich. Oh nein. Nein, du hast ihn. Ja. Oh nein. Annie. Der ist da oben. Der hat bestimmt auch die Armbust. Das ist jetzt nicht so gut. Aber ich habe schon viel geschafft. Ähm, es ist nur noch einer. Der ist runtergesprungen. Der ist auf der linken Seite. Das siehst du ja sowieso mit dem Schrei. Der ist jetzt... Der ist jetzt... Der geht jetzt zur Leiter. Ja, der geht, glaube ich, die Leiter... Nee, der geht... Der geht an der Leiter vorbei. Krass. Er geht jetzt ins Haus rein. Er ist im Haus drin. Er ist jetzt, ähm... Bei dem Kamin, der an ist. Jetzt ist er am Eingang. Oh Gott, du hast ihn. Er sucht die Armbrust. Oh Gott, Annie. Annie. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Der Letzte. Komm. Du bist schneller, wenn du... Ach. Wenn du links klick drückst, bist du schneller. Nur, dass du es weißt. Ach so? Ja. Du kannst links klick drücken, dann läufst du so schneller nach vorne. Boah, wie viel Punkt hast du bekommen? Zwölf. Oh mein Gott, das war eine starke Runde, Annie. Ja. Aber die hat auch lange gedauert. Ja, weil wir sind alle gut abgehauen, aber du hast uns alle erwischt. Aber wo war'n der Jäger? Der Jäger war richtig schlecht. Der hat uns gar nicht geholfen. Die waren alle auf uns allein gestellt. So, und ich bin... Oh. Ich bin jetzt... Wolf. Ist das so? Ich frag mich, ob ich dir überhaupt dabei vertrauen kann, wenn du sagst, du bist Wolf. Ähm, keine Ahnung, ich suche den Wolf. Ich bin Jäger. Ja. Ich geh jetzt erstmal schön nach oben. Mach ich auch. Bist du nochmal Wolf, sei ehrlich? Nee, bin ich nicht. Ich vertraue dir nicht. Okay. Du weißt nicht, welcher Charakter ich bin. Der Wolf muss hier oben sein. Ich bin Bach. Du bist Bach? Okay. Mhm. Der Wolf ist hier oben. Ich bin zwar wirklich nicht. Oh, ich seh ihn. Wer ist es? Der Wolf ist hier. What? Nein, nein. Oh nein. Annie, schnapp es dir. Nein. Wer soll ich denn? Der hat mich erwischt. Nein. Der Stadt ist genau daneben. Und ich bin... Oh Gott, ich bin immer noch unschuldig. Ich auch. Ich bin I... Niegel. Ibis ist Jäger. Was bist du? Ich bin Leap. Und welcher bist du? Stalkley. Stalkley. Okay, hier sind alle. Auweia. Aber die Ibis ist eine gute Jägerin, glaube ich, weil sie hat auf jeden Fall einen silbernen Bogen. Die hat nicht diese Armbrust. Oh Gott, der Wolf ist hier. Das ist auf jeden Fall nicht. Oh nein. Der weiße Wolf hat mich erwischt. Primal. Primal. Oh, Ibis hat ihn erwischt. Ich habe doch gesagt, sie ist eine gute Jägerin. Juhu, Ibis. Ja, sie hat uns gerettet. Richtig gut. Jetzt will ich mal sehen, was ich jetzt werde. Ich glaube, die Chance ist sehr hoch, dass ich Wolf werde, Annie. Also lauf lieber weg von mir. Nein. Sollte ich eher sagen, dass ich ein Bär werde? Wenn ich einen Bären sehe, weiß ich, wer es ist. Ja. Der Bär. Es gibt aber noch einen Bär hier. Echt? Und ich bin... Alter, ich bin immer noch unschuldig. Ich auch. Ich bin schon wieder Stalkley. Ich bin Oakley. Stalkley und Oakley. Du bist bestimmt Brüder? Ich weiß, ich bin ein alter Opa. Melvin ist Jäger. Melvin hat jemanden ermordet. Uff, ist das hier tot? Okay. Ich habe dich gesehen. Ich war es aber nicht, ne? Ich hoffe, du hast es... Ja, ja. Wer ist Jäger? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Oh Gott. Der Wolf ist hier. Der Wolf ist hier. Oh Gott, was macht der Wolf denn hier? Ich will doch nur überleben. Der Wolf hat mich erwischt. Oh nein. Er hat mich versteckt. Das gibt's nicht. Ich bin wieder unschuldig. Ich auch. Aber mein Wolfsbalken ist riesengroß. Meiner wächst auch immer mehr. Ähm. Als ob diese Map jetzt hier gewonnen hat. Wer bist du? Bach. Und du? Ich bin Wayne. Oh. Ich habe den Wolf gehört. Ich auch. Du bist es nicht. Wenn du ihn auch gehört hast. Und die verstecken sich jetzt alle da unten. Das ist total dumm. No. Oh oh. Radella wurde vor mir getötet. Alden ist es auch nicht. Leonardo ist es nicht. Ich konnte nicht erkennen, wer das ist. Oh Gott, der Wolf ist draußen. Rigby und Neagle sind's nicht. Ich höre den Wolf. Der wird gleich ins Haus kommen. Er wird ins Haus kommen. Oh Gott. Leonardo. Alden. Die beiden sind noch am Leben. Ich dachte, der Wolf war hier. Holly ist der Wolf. Ich habe schon wieder was gehört. Ei, ei, ei. Holly ist der Wolf. Oh nein. Weißt du, wo die Armbrust liegen könnte? Nee. Ja, Holly ist Wolf. Es war so klar. Und. Oh weia. Oh weia, oh weia. Nein, ich war zu lange im Shop. Der Bär ist da. Der Bär ist da. Ich bin Rufus und ich bin der Bär. So. Schau ich dir mal zu. Okay, guck mal wie ich aussehe, Leute. Ich bin der Bär. Oh nein. Okay, hinter mir ist jemand. Den schnapp ich mir. Der läuft weg. Guck, wenn ich so links klick drücke, bin ich schneller. Wie schnell du bist. Siehst du? Sehr krass. So. Ich muss jetzt aber von hinten rum, weil die wissen jetzt, dass hier hinten jemand getötet wurde. Ich muss mich jetzt... Sehr, sehr schlau. Ja, ich muss mich jetzt zu den Rand sneaken. So. Hm. Ich muss... Gucken. Die sind alle da drüben. Aber hier drüben ist noch jemand. Oh. Ja, den habe ich auch erwischt. Die Pär. So. Da oben sind die alle. So. Ich muss mich beeilen. Okay. Springen die runter? Nee. Hätte ja sein können, dass sie sehen, ich laufe rein und die springen runter. Die sind immer noch alle da oben. Die schon... Auch der Jäger, du musst vorsichtig sein. Wer ist der Jäger? Das weiß ich leider nicht mehr so genau. So. So, die habe ich aber alle. Und... Ja, den habe ich auch. Valerie wird sich noch gegönnt. Okay. Da kommt jemand. Da vorne. Ich glaube, der versucht an die Armbrust zu kommen. Ja, soll er mal nicht. Aber verpeilt, dass die hier unten ist. Der Bär ist da. Hm. Der ist da oben. Der läuft jetzt da hoch. Der versteckt sich. Okay, er ist jetzt da vorne. Er hat die Armbrust. Er hat die Armbrust. Er hat sie. Ja. Hm. Ist aber nicht so schlimm. Mal sehen, ob er mich trifft. Ich glaube, einfach zickzack. Oh, er hat mich. Mist. Ich hätte nicht so offensiv spielen sollen. Nein. Schade, Marmelade. Na gut. Das war's, Freunde, mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.